Matthias Rossi, die Türe war jetzt sicher eine Viertelstunde nach dieser Niederlage. Was hat Jery Baterlinge gesagt? Ja, schwierig. Sicher nicht unsere beste Leistung heute. Es ist schwierig zu Wort finden. Wir sind sehr enttäuscht mit dem Resultat. Wir haben uns das ganz anders vorgestellt. Es ist anders rausgekommen. Wir haben versucht, aber es wollte wieder keiner rein. Sicher bitter, ja. Mit gestern zusammen sind es 2x0 Goals. Eigentlich konnte man 6 Punkte holen. Es sind heute 153 Minuten gegangen. Vom letzten bis zu dem Goal, das er heute geschlossen hat. Ist das, wie er jetzt gesagt hat, einer der Hauptgründe? Ja, sicher auch einen Grund. Wir erarbeiten uns sehr viele Chancen. Wir hatten heute wieder sehr viele Chancen. Ja, ich weiss nicht. Der Goal ist im Moment verhext. Ja, aber wir müssen weiter arbeiten. Ich glaube, es bringt nichts, den Kopf in den Sand stecken und aufzugeben. Ich glaube, wir wissen, wenn wir weiter arbeiten, irgendwann kommt es wieder. Aber sicher sehr bitter. Und ich glaube, heute auch. Blöde Strafe geholt. Ich glaube, 3 Boxplay-Goal. Ja, so kannst du keinen Match gewinnen. Ja. Merci viel, Matthias Rossi. Danke. Alles klar.